Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, hier geht's weiter mit Phoenix Point und wir sind in Bella Italien am erkunden. Das machen wir erstmal weiter, denn ansonsten, ah, das ist eine Basis von Neu Jericho, davon haben wir ja noch nicht so wahnsinnig viele, da wir mit den Jungs auch nicht befreundet sind. Und wir sollten uns entscheiden, was wir hier machen diplomatisch, ob wir wirklich für die Jünger von Arno, um da jetzt 50% zu bekommen, wirklich Neu Jericho-Soldaten eliminieren und uns damit unseren Neutralitätsanspruch momentan noch zunichte machen. Oder ob wir in irgendeiner Form probieren könnten, für Neu Jericho noch was zu machen, denn da würde ich gerne eigentlich einmal die 25% erreichen, um zu sehen, wo die überall so sind. Zufluchten verteidigen für Synedrion ist natürlich in Ordnung, aber wir sind hier wirklich an der Schwelle zur nächsten Stufe. Aber die nächste Stufe bedeutet, wir müssen Neu Jericho-Leute leider hier dann eliminieren, was wir eigentlich nicht wollen. Wie viel Zeug haben wir denn? Wir können nochmal gucken nach den Rekruten, die es hier so gibt. Das wäre einer normaler Sturmschütze, gar nicht schlecht, Austin Hammerhead. Wenn schon einer Hammerhead heißt, finde ich das erstmal gut. Ist ein Trainingszentrum, kein Elite-Trainingszentrum, aber der ist auch entsprechend relativ günstig. Würde uns allerdings trotzdem Tech und Materialien so weit runterholen, dass wir da nicht mehr viel übrig bleiben. Gehen wir nochmal nach Süditalien. Da ist jetzt einiges passiert, da wollen wir gleich nochmal gucken. Forschung abgeschlossen, das Mindfragger-Ei. Die Schale dieses Exemplars hat sich als erheblich widerstandsfähig erwiesen und ist in der Lage, Feuer, Säure und Kleinwaffen zu widerstehen. Das Ei enthält verschiedene tierische und pflanzliche DNA-Stränge. Bisher konnten wir feststellen, festgestellt, dass die Eier eher als biologische Stasiskapseln funktionieren, die Mindfragger in einen Ruhezustand versetzen, statt wie eine Wachstums- oder Inkubationskammer zu wirken. Der genaue Mechanismus, wie das Exemplar erschaffen wird und weiter wächst, ist weiterhin unbekannt. Weitere Ergebnisse, Einsatzberichte deuten darauf hin, dass Mindfragger-Ei auf menschliche und mechanische Präsenz reagieren. Eier, diesmal habe ich es falsch gelesen und sie nicht falsch besetzt, reagieren und die Schlüpfsequenz auslösen, sobald sich ihnen etwas Fremdes nähert. Bringt ein bisschen Materialien, 400 Nahrung, tja. So, jetzt ist das weg, irgendwas haben die entwickelt, die Sineleon. Die Forschung blinkt auch, denn sie ist komplett fertig. So, wir können mittlerweile, das habe ich noch gar nicht gesehen, hier, wenn wir die Viecher gefangen nehmen, sie tatsächlich dann erforschen. Wir brauchen einen Atron, einen Triton, einen Mindfragger und einen Feuerwurm. So, wir haben eine ganze Menge hier. Schauen wir einmal, Rückentwicklung ist gut, schauen wir erstmal alles andere an. Wir hätten noch die Chiron-Autopsie, würde uns auch ein bisschen Materialien und Tech bringen. Nicht schlecht. Dann haben wir den pandoranischen Schleim. Ein Mitglied unseres Angriffsteams hat eine Probe des grünen pandoranischen Schleims vom Schlachtfeld mitgebracht. Genau, das dauert nur neun Stunden, den können wir kurz untersuchen. Das ist so dieser lähmende Schleim, in dem wir da drin waren. Was können wir an Ausrüstung gebrauchen? Laserpistolen von Neujerico und Sinedrion. Dann haben wir die Schrotflinte, der Jünger von Anu, das Virusgewehr von denen, die Donnerbüchse, tja, Maluchs Faust, Dagons Zahn und dieser Beinschutz. Das ist alles jetzt nicht so geil, das Zeug, aber es dauert auch alles nicht so lange. Ich würde trotzdem die Autopsie vorziehen, vor dem pandoranischen Schleim. Und dann machen wir mal, wir machen das sowieso alles, wir bringen mal hier erstmal die Schrotflinte, das was neun Stunden nur dauert. Ich glaube am ehesten wäre vielleicht noch die Laserpistole ganz gut. Ja, den Beinschutz, ach, den können wir gar nicht. Warum geht das noch nicht? Achso, wir brauchen zwei erforderliche Gegenstände. Wir müssen das scheinbar zweimal einsammeln, bevor wir das machen können. Ja, das Virusgewehr, da müssen wir eher auch Materialien, also Munition für bauen. Gut, machen wir das mal alles. Das ist in Ordnung. Und wir bauen in den nächsten 17 Stunden, haben wir dann unser erstes Gewehr, mit dem wir die Viecher dann einfangen können. Schauen wir, was es in Süditalien gibt. Das Signal. Unsere Soldaten berichten, dass sie eine seltsame, spindeldürre, zitternde Linie am Horizont gesichtet haben. Als sich Manticore 1 nähert, entdecken sie eine gigantische Wirbelsäule, die sich hunderte von Metern in den Himmel erstreckt. Sie erhebt sich aus einem Schleimpool und hält sich mit einer Reihe von dünnen, fast transparenten Tentakeln an ihrem Platz und scheint ein leises Summen zu erzeugen. Dynamit einsetzen, es studieren oder die Jünger von ANU darüber informieren. Ich glaube, die ANU brauchen wir gerade nicht informieren, weil wir kriegen keine Punkte mehr. Mit 49% müssen wir erstmal jetzt was für sie machen, bevor das irgendwie weitergeht. Ich würde das studieren, tatsächlich. Es wirkt fast so, als wäre das Ganze eine Art Emitter, eine organische Kommunikationsanordnung vielleicht. Aber zu welchem Zweck? Unsere Soldaten sammeln so viele Daten wie möglich, aber wirkliche Antworten finden sie nicht. Forschung plus 100. Das ist ja nicht so cool. Na gut, damit ist der pandoramische Schleim aber, glaube ich, erforscht. Fliegen wir nochmal auf die Insel. Eine Analyse der Substanz, die von unserem Einsatzteam und den Laborwissenschaftlern als Schleim bezeichnet wird, sehr kreativer Name im Übrigen, hat ergeben, dass es sich um eine mutierte Form des Caulbacter crescentus-Bakteriums handelt. Das Bakterium kann an den Oberflächen haften und gedeiht in nassen Räumen. Allerdings zeigt es negative Reaktionen auf Sauerstoff. Experimente haben gezeigt, dass die Substanz abstirbt, wenn sie nur kurz der Luft ausgesetzt ist. Aufgrund dessen ist der Schleim relativ harmlos. Tja, was sollen wir mit der Information anfangen? Aber gut, es hat auch nicht so lange gedauert. So, was gibt es auf der Insel? Noch eine Erkundungsstätte, die Vergessenen. Ein vergessenes, ein verlassenes Labor, ich glaube, das hatten wir schon mal. Die Türen scheinen mindestens 20 Jahre lang versiegelt geblieben zu sein. Leider ist es unmöglich, von außen den Zweck des Labors zu ermitteln. Ein Brechen kostet 35. Machen wir aber. Die Wissenschaftler, die einst in diesem Labor gearbeitet haben, sind nur noch Skelette, die vor langer Zeit verhungert sind. Es scheint, dass sie bis zum Ende weiterarbeiteten und versuchten, eine Heilung für das Pandora-Virus zu finden. Als unsere Soldaten die Basis durchsuchen, finden sie eine Nachricht von den Wissenschaftlern. Es ist eine kurze, einfache Botschaft. Sorg dafür, dass das alles eine Bedeutung hat. Tech 120, Forschung 150. Das ist doch nicht schlecht. 10 Ausdauer verloren, ist nicht so schlimm. Gut, fliegen wir nochmal weiter. Ah, hier gibt es einen Elite-Soldaten. Anna Aloit Tisch. Das ist wieder so eine mit, ähm... Das ist so eine, wie Zack auch ist. Genau, so. Ähm, genau, so, ich weiß nicht, ob wir noch so eine Armbrust, da muss ich diese Armbrust erstmal wirklich verbessern, bevor wir sowas nochmal machen. Fliegen wir hier hin. Wo ist das? Das ist, äh... Ist das noch Frankreich oder ist es schon Belgien? Auf jeden Fall erkunden wir es mal. So, ein Scan ist abgeschlossen. Das ist der europäische hier. Erdsaat, Dokum. Dokum ist eine anarcho-syndikalistische Zuflucht mit enger Verbindung zu Synetrion, ohne jedoch vollständig ein Teil davon zu sein. Ihr Repräsentant, Boris Eisbrück, hat im Namen Dokums Kontakt zu unseren Soldaten aufgenommen und das Phoenix-Projekt um Hilfe gebeten. Dann mal los. Einem Team von Dokum-Forschern ist es gelungen, den genauen Standort der globalen Saatkammer von Zvalbard zu ermitteln. Von dieser Saatbank wird angenommen, dass sie mehr als eine Million Proben enthält. Ob das Gebäude noch intakt ist, weiß niemand, da das Gebiet von den Pandoranern überrannt wurde. Aber wenn auch nur ein Bruchteil der Proben überlebt hat, könnten sie eine wesentliche Rolle bei der Wiederherstellung des Ökosystems der Erde spielen. Nein. Repräsentant Eisbrück möchte, dass das Phoenix-Projekt dabei hilft, den Bereich um die Kammer herum zu sichern. Tja, das denunziere das Konzept, die Samen der alten Welt zu retten? Nein. Wir machen das natürlich. Repräsentant Eisbrück übermittelt die Koordinaten der Saatkammer und wünscht unseren Soldaten alles nur erdenklich Gute. Also schon wieder. Wo ist denn das Ding? Moment. Das Bollwerk. Das Bollwerk will nicht. Wo ist denn das Bollwerk? Hm. Das scheint irgendwie nicht normalerweise. Das geht. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist der Gefangene des Eises. Errichte einen Sicherheitsbereich in deiner Basis. Damit meinen die aber wahrscheinlich den... Achso, Sicherheitsverwahrung. Ja, ist ja schon im Bau. Ist doch schon im Bau. So, der Scan ist schon wieder durch. Das ist auch gar nicht so viel hier in Europa, ne? Ich würde mal dann einen kurzen... Wo haben wir denn den Scan nochmal gestartet? Hier irgendwo, ne? Hier, hier, hier. Dann starten wir nochmal einen von Nordafrika aus. Und haben mittlerweile die Chiron-Autopsie fertiggestellt. Chirons sind eine neu entdeckte Mutation ohne vorherigen Präzedenzfall. Wir vermuten, dass sie aus einer fortgeschrittenen Einrichtung stammen, fortgeschritteneren Einrichtung stammen, als die, die Atrons und Tritons reifen lässt. Sie erfüllen eine Unterstützerrolle und greifen aus großer Entfernung an, obwohl einige Mutationen auch Nahkampffähigkeiten haben. 20% Atropode, 15% Koleoptera, 10% Homo sapiens, 55% Unbekannt. Langsteckenangriff, begrenzte Nahkampffähigkeit bei einigen Mutationen. Offensive Mutationen, Bauchwerfer, Sprengstoff, Würmer, Schleim. Okay, da haben wir ja noch was vor uns. Bisher haben wir nur den Schleim gesehen, der war ungefährlich. Aber wenn die Sprengstoff und Würmer werfen, dann wird das schwieriger. Nahkampf, betäubende Stampferbeine und eine Vorderbein-Nahkampfvariante gibt es auch. Defensive Mutationen, schwer gepanzerte Beine. Das wäre dann auch blöd, weil oben war es schon richtig heftig gepanzert. Unten dann zusätzlich, also das Ding war jetzt ziemlich harmlos, könnte aber zu einem echt fiesen Gegner werden. 50 Tech, 100 Materialien, 300 Esse. Fangen wir jetzt mit der Rückentwicklung an. Das ist wohl richtig, aber wir können jetzt auch einen Schleimabweiser... Ah, nee, den müssen wir gefangen nehmen auch wieder. Wir müssen Viecher fangen. Das wird die Aufgabe sein. Nahrungsproduktion abgeschlossen. Damit haben wir ordentlich Nahrung, können auch gut nochmal was tauschen. Wir sind erstmal hier unten angekommen. Da ist irgendwas los, obwohl wir gar nicht geforscht haben, oder? Ritus der Hoffnung in Kuara. Manticore 1 kommt während des Ritus der Hoffnung nach Kuara, was die Gläubigen daran erinnert, an eine strahlende Zukunft zu glauben. Die Bürger marschieren durch den Zufluchtsort, rufen Vollkommenheit ist möglich und preisen die Erhabene, den ersten Menschen, der sich dieser Vollkommenheit nähert. Nach der Zeremonie findet ein Fest statt und die Priester teilen einige ihrer Vorräte mit unseren Soldaten. Okay. Nach dem Fest mit ein paar Bieren intus sind die Priester ziemlich fröhlich. Sie erzählen lustige und manchmal grafische Geschichten darüber, wie sie früher glaubten, die Welt sei zum Scheitern verurteilt und all die dummen Dinge, die sie in ihrer Verzweiflung taten. Aber wie sie schlussendlich Hoffnung in der Erhabenen fanden. Die Anführer dieser Zuflucht finden uns 10 besser und Nahrung plus 300. Was bringt es eigentlich, wenn die Leute in der Zuflucht uns gerne mögen? Wird das dann billiger zum Beispiel? Aber Nahrung wollen wir ja nicht. So, wir machen noch einen Scan. Und dann forschen wir mal hier drüben weiter. Produktion der Neurazers abgeschlossen. Sehr gut. Ja, das soll ja deutsch sein. Heißt das Neurazer oder Neurazer? Forschung abgeschlossen. Rückentwicklung. Schrotflinte der Jünger können wir bauen samt Magazinen. Sehr gut. Wir haben noch mehr zu forschen. Hier haben wir noch was zum erforschen. Da haben wir noch was zum erforschen. Und dann gehen wir wieder zurück und bauen den Manticore wieder um sozusagen. Ja, erstmal weiter erkunden. Forschungs- oder Giftarmbrust. Okay, das ist natürlich nicht schlecht, wenn sie eine Giftarmbrust entwickeln. So, hier sind wir also auf einem neuen Beutezug. Das finde ich ganz gut. Aber die Gefahrenstufe ist zum ersten Mal mittel. Lichtstufe Nacht. Feinde sind die Pandora. Und wir haben jetzt tatsächlich nicht die Topcrew hier im Wagen drin. Wir haben halt unseren Wagen. Aber schauen wir vorher nochmal in die Jungs rein. Lasergewehr einmal dabei. Ich gebe dir mal noch ein zweites Magazin. Und tatsächlich auch die Granaten müssen wir bauen. Da müssen wir gleich dran denken. Du kriegst auch nochmal ein zweites Magazin mit. Jeweils ein Healthpack ist okay. Und du mit deiner Schrotflinte könntest eventuell für den Fall, kannst du das tragen? Warte mal. Kriegst du noch ein Gaussgewehr mit. Das kannst du gut tragen sogar. Damit wir auch was auf Entfernung haben. Das ist effektive Reichweite, nämlich 6. Das ist wirklich nichts. Und das Ding hat eine Reichweite von 20. Das ist immerhin ein bisschen was. Oder aber. Uiuiui. Lähmende Nahkampfwaffe. Tja. Das ist natürlich. Aber Moment. Haben wir da überhaupt? Ist da Schaden 10? Lähmung 8. Braucht man dafür Munition? Scheinbar nicht. Das kriegst du auch alles mit tatsächlich, ne? Okay, George. Du bist gerade aufgestiegen zu einem sehr, sehr wichtigen Menschen. Die setzen wir sogar mal mit direkt in die, auf den Bereitordner. Äh, Bereitordner. Ihr wisst schon, was ich meine. Verwendet die Teamplätze 6 von 8. Also man kann aber doch nicht mehr als 6 Leute hier reinkriegen, ne? Los geht's. Mittlere Bedrohung gegen die Pandoranana. So. So. Fast alle Boxen, schön aufgereiht hier in der Gegend. Da ist noch einmal Material. Hier wäre der beste Aussichtspunkt. Hier gibt's Material, das können wir uns gleich abschminken. Und hier gibt's Nahrung, die brauchen wir nicht notgedrungen. Also wenn wir diesen Bereich komplett beschützen können und eventuell das Ding da, wo ist das? Wie hoch steckt das da drin? Unten steht's natürlich, ne? Ja. Das wird auch schwierig werden. Und hier ist tatsächlich wieder so richtig Häuserkampf angesagt, was ja auch nicht ganz einfach ist. Besonders nicht, wenn man so ein dickes Fahrzeug dabei hat. Okay, wie kommen wir nach oben? Hier kommen wir nach oben. Wollen wir nach oben, ist die Frage. Das Gerät ist da oben. Das steht da unten in der Ecke. Sehen wir das von oben? Nein. Das steht beides im Schuppen hier. Hier wäre noch eine Box. So, wir haben zweimal Laser und einmal ihn, der dann letzten Endes ja auch für den Nahkampf und für das eventuelle Betäubung zuständig wäre. Schau mal durchs Fenster, bitte. Okay. Erstmal nichts. Gasman Warwick, du kannst auf jeden Fall schon mal nach oben gehen. Ich finde, einer muss sowieso nach oben. Erstmal nichts. Genau, was ist der Plan? Ich glaube, ich würde mit dem Auto vielleicht... Ja, wir könnten in die Richtung ganz schön was wegballern, wenn da was kommt. Aber wenn die alle von hier hinten könnten kommen... Wir könnten natürlich probieren. Ich muss noch einmal gucken, wie weit gehen die Raketen? Die gehen überall hin, ne? Dann kann der auch da unten stehen bleiben erstmal. Der kann da eigentlich locker stehen bleiben. Wir stellen uns mal hier hin mit dem Auto. Und müssen dann sehen, wie es ist, wenn es jetzt hier zum Häuserkampf kommt und das alles innen stattfindet. Dann haben wir natürlich ein Problem. Sie geht mal rein. Overwatch in die Richtung. Overwatch in die Richtung. Du kannst gar kein Overwatch. Und du machst ein Overwatch mit deiner Schrotflinte bitte in die Richtung. Okay. Zeigt euch. Nichts passiert, müsslich. Dann gehe ich fast davon aus, dass sie hier hinten sind eigentlich. Wir kommen genau bis an die Kante. Gucken wir erstmal durchs Fenster. Nichts. Jetzt kommen wir nicht mehr bis an die Kante. Okay. Wieder nichts. Overwatch in die Richtung. Okay. Okay. Ich müsste erst innen weitergehen. Das Gefühl, dass man da vielleicht schneller irgendwo hin was sehen kann. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich kann mit dem Oberen besser reagieren. Tja, wo ist der Gegner? Irgendwas? Irgendwo? Nix hier. Gar nix. Nix. Da, er hat jetzt den ersten Feind gesichtet. Da hinten drin. Alles klar. Tja, jetzt können wir ja erstmal stehen bleiben. Beziehungsweise einen Schritt zurückfahren. Wir können ja nichts machen. Denn wir haben alles getan. Jetzt, wenn er aus dem Haus rauskommt, haben wir aber eine ganz gute... Okay. Da ist der erste Feind, den wir nicht treffen. Und der uns wahrscheinlich schon trifft, wollte ich gerade sagen. Aber gut, er hat ein Schild aufgestellt. Den haben wir schon gesehen. Der bleibt scheinbar erstmal stehen und zerstört das Ding, von dem wir wussten, dass es zerstört werden wird. Aber er braucht noch eine Runde dafür. Das war es erstmal. Okay. Ich denke, dass wir mit ihm hier natürlich das Schild von dem da unten umgehen können. Ziemlich gut sogar. Wir können ihm genau in den Rücken schießen. Wir könnten allerdings hier auch sehr gut in sehr viele andere Leute reinlaufen. Schauen wir erstmal, wie gut er schießen kann hier. Auch das ist eigentlich auch ziemlich gut. Wir können das Maschinengewehr ausschalten. Wir gucken einmal noch, was er überhaupt hat hier. Sehr gut. Schau mal, was ich guckte. Weit ihr mit. Schild, Maschinengewehr, Spuckerkopf. Kein, ähm, Moment. Kein, ähm, Granatwerfer, wollte ich sagen. Wir gehen mal in Deckung, bevor wir schießen. Auch wenn wir sonst zweimal hätten schießen können, ne? Ha, ha, ha. Na gut. Und probieren mal den Kopf, so gut es geht. 30 Schaden. Willst du mich veräppeln schon wieder? Ja, da hätte ich natürlich viel besser zweimal schießen können, als mich da hinzustellen. Aber gut. Jetzt ist die Frage, was er hier macht. Er geht schon darunter, glaube ich. Den haben wir noch. Ihn hier. Kriegt er auch nochmal die Möglichkeit zu schießen? Von außen sicherlich nicht. Aber von innen geht das natürlich. Zwei braucht er. Das machen wir jetzt auch. Ich will mal gucken, was passiert denn. Da müssten wir uns da ranstellen. Und das dann benutzen. Das ist sehr schön, aber ich würde gerne wissen, ob das dann auch sofort funktioniert. Und jetzt gibt es da eine Info zu. Lähmende Nahkampfwaffe. Schaden 10. Ich weiß halt nicht, ob das Panzerbrechen 40. Was heißt das dann? Kann ich den jetzt in dem guten Zustand, in dem er da gerade noch ist, kann ich ihn damit lähmen oder nicht? Das hätte ich gern in der Schule gelernt hier. Wir gehen mal wirklich hinter ihn. Vielleicht probieren wir es mit der Lähmung. Wir haben jetzt keinen anderen Gegner gesehen. Wir können hier voll aufs Bein feuern. Damit blutet er ziemlich. Hat ein deaktiviertes Bein und ist ziemlich weit unten. Ich glaube, ich probiere das jetzt einfach. Was soll ich machen? Wir lähmen den jetzt. Ich brauche doch nur einen Punkt. Ich hoffe, das klappt. Schlagen nicht. Hämmern auch nicht. Die jetzt lähmen. Geht nicht, oder was? Tja, jetzt stehen wir da mit unserem Neuralizer und können doch nicht schießen. Hä? Also nochmal. Das geht nicht. Und das hier. Angreifen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ist das der Schlag jetzt oder was? Oder ist das Action Kost 1? Dann greifen wir ihn jetzt an. Acht Lähmung. Hat das jetzt geklappt? Ne, wir kriegen das voll in die... Wie jetzt? Ach nee, Leute, wirklich. Der ist jetzt tot, ja? Obwohl er ihn getroffen hat, obwohl hier jetzt Lähmung irgendwas steht. Aktionspunkte werden proportional im Verhältnis Lähmung zur Stärke verringert. Hm, super. Da hätte ich mir vielleicht vorher erstmal was durchlesen sollen. Tja. Tja, super Sache. Das heißt, so leicht geht es scheinbar nicht. Dann schießen wir jetzt aus reiner negativer Energie jetzt einfach die Raketen in das Haus. Ich hoffe, da ist was passiert. Du kannst quasi nichts mehr machen. Noch einmal dich um die Ecke stellen und du kannst eigentlich auch nichts mehr machen. Du kannst da bleiben. Mal gucken, wie viele noch sterben hier. Das kann ja nicht wahr sein. Diese Lähmungsgeschichte ist ja doof. Und dann hat er ihn einfach weggeschossen. 200 Schaden. Da ist die Kiste direkt neben unserem Soldaten explodiert. Oh, hier kommen nochmal schleimiges irgendwas. Kommt hier. Nein, doch nicht schleimiges. Da kommen Explosionsschäden schon. Okay, das sieht alles nicht gut aus jetzt gerade. Fangen wir mit dem an. Ziehen wir ihm das andere Bein ab. Und nehmen auf jeden Fall, wenn wir es noch kriegen... Ach. Das Zeug hier mit. Ausprobieren ist eine schwierige Sache, auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall das Ding. Auch wenn ich nicht verstehe, wie das funktioniert. Kannst du noch mehr tragen? Ja. Medkit brauchen wir auf jeden Fall. Dann nehmen wir noch die Waffe mit. Wir müssen schauen, was wir sonst noch brauchen könnten. So, von hier kam der große Angriff. Hier ist irgendjemand. Wie viel hat der Wagen abgekriegt jetzt? Geht eigentlich noch. Ja, weiß ich auch nicht. Entweder schießen wir jetzt da hinten rüber. Einfach gegen einen Griff auf das Ding. Wahrscheinlich macht das Sinn, ne? Das ist aber weit daneben gegangen, habe ich das Gefühl. Fangen wir noch einen Schritt zurück. Aber wir hätten uns eher ranstellen sollen, glaube ich. Aber gut. So, und hier haben wir noch einen, der jetzt mal um die Ecke gucken könnte, da hinten. Aber vielleicht brauchen wir auch einen, der hier aufpasst. Von hier könnten wir mit Sicherheit feuern. Da kriegen wir aber auch doppelt was ab, wahrscheinlich. Ich gucke mal erstmal von hier. Da ist noch nichts. Da ist auch noch nichts. Jetzt kommen wir schon gar nicht mehr dahin. Wo gehen wir da hin? Da ist auch nichts. Ah, da ist einer weg offensichtlich. Dann machen wir jetzt einen Overwatch in die Richtung. Schauen wir mal, was passiert. Mann, dass der schon wieder tot ist. Ach. Durch sowas Blödes. Dass ich da einfach das ausprobieren. Aber ich dachte, wir haben ihn ordentlich wecke. Und da habe ich an X-Point wieder gedacht. X-Com, X-Point, genau. X-Com wieder gedacht. Weil da war das so. Man musste die so ein bisschen runterholen. Von ihren Schadenspunkten. Okay, das ist echt. Das sieht echt fies aus, das Ding. Alter. Der schießt zurück. Acht Schaden ist natürlich ein Witz. Okay, der muss wirklich... Den müssen wir da wegkriegen. Ist hier denn überhaupt noch einer? Oder ist da gar nichts mehr? Wir hören da irgendwas komisches. Aber wir müssen uns dringend um da oben kümmern, würde ich sagen. Wenn wir uns da jetzt draufstellen. Ich weiß nicht so ganz genau, wie viele mögliche Lebenspunkte wir eigentlich hier haben. Wir fahren jetzt langsam immer näher und schießen nur auf das Ding. Wir müssen dann halt gucken, bitte genau drauf, wenn es geht. Alles bringt hier nicht so wahnsinnig viel von den Schadenswerten. Jetzt triff aber mal. 60 Schaden, minus 16 Rüstung. Irgendwas deaktiviert. Bein. Beide Beine, 124 Schaden. Und 30 Bluten. Gut, das nenne ich einen erfolgreichen Raketenangriff. Heißt aber immer noch nicht, dass wir hier jetzt wirklich sicher stehen würden. Wir können ihn noch mehr zum Bluten bringen. Die Sprengstoffsachen. Ja, das ist immer noch. Mit 26 geschützt hier. 26 Rüstungspunkte. Da müssen wir eigentlich eher mit einer Granate da hinten irgendwas machen. Aber so weit kommen wir gar nicht mit Granate. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht viel näher ran. Wobei es eigentlich egal ist beim Granatwerfer. Was hatten der andere noch? Haben wir hier noch irgendeine Möglichkeit? Weil wir bräuchten wirklich was Panzerbrechendes. Wir bräuchten was, womit wir durch diese Panzerung durchkommen. Aber gut. Tja, wenn wir uns da oben drauf stellen. Und da die Rakete hinkommt, kriegen wir Explosionsschaden und fallen auch nochmal runter. Wo können wir denn hinsprinten? 30 Blutungen, keine Beine. Gehen wir mal da unten hin. Und schießen dann von da zweimal. Ich glaube, ich wüsste nicht so richtig, wie wir ansonsten... Alles, was nicht so stark geschützt ist, ist irgendwie gut. 96 Schaden, ziemlich gut. Finde ich ziemlich gut. Rund und Bein. Noch ein Bein deaktiviert. 40 Blutungen. Ja, du kannst ja nichts machen. Bewegen wir uns noch ein Stück weit darüber. Und bei dir... Tja, können wir das gleiche machen. Wir können sprinten irgendwo hin und dann zweimal schießen. Ob das reicht, ist die Frage. Schauen wir... Nein, jetzt können wir den da nicht sehen. Warum nicht? Ach doch. Schwein gehabt. Okay, alles gut. Ich dachte gerade, diese Deckung hätte uns... Bein, 16 Kopf, 0 Rüstung. 70, 40 Bluten. Aber noch ist der leider immer noch deutlich zu... Er hat sich nochmal gedreht hier. Aber er ist noch eindeutig zu stark. Der wird noch eine Ladung feuern. Und die kann uns... Auf jeden Fall was kosten. 96 Schaden. Und 40 Blutungen. Aber das wird nicht reichen, um ihn wegzukriegen. Jetzt schießt er noch einmal. Und 3 auf ihn. 1, 2 daneben. Schwein gehabt. Und er kann zurückschießen. 40 Schaden. 50 Blutungen. Das könnte... Das Ende sein. Das ist das Ende. Sehr gut. So, äh... Das kriegt Seraph jetzt als Belohnung. Weil, wenn man so in dem Hagel steht, dann darf man den letzten Gnadenschuss auch wirklich setzen. 1, 2 daneben. Okay. Aber das war es noch nicht. In dieser Mission. Offensichtlich. Moving now. Moving to position. Wir sehen aber erstmal nichts. Hier hinten soll noch einer sein, eigentlich. Feind gesichtet. Da ist er auch. Jetzt haben wir noch 2 Punkte. Den rum kriegen wir nicht weg. Also... Jetzt wieder vorne drauf. 136 Schaden. 20 Blutungen. Das ist erstmal gar nicht schlecht. Und wir gehen hier tatsächlich einen Schritt zurück. Und lassen ihn einfach mal... Kommen. Von mir aus kann er gerne... Gut, wir könnten auch... Noch was anderes machen hier. Also wenn das der letzte Gegner ist... Er hat sich dahin zurückgezogen. Will ich mich richtig... Irgendwo hier... Vielleicht schaffen wir es ohne das eigene kaputt zu machen. Das wäre ganz gut. Das hat scheinbar nichts gebracht. Da haben wir doch genau hingeschossen. Aber gut, wir haben eher obendrauf geschossen. So, jetzt hat er sich ein bisschen bewegt. Jetzt gehen wir hier ins offene Feld. Ich glaube nicht, dass wir... ...da viel noch brauchen. Er ist da. Der ist relativ kaputt. Er hat fast nichts mehr. Das war es mit dem. Und das war es auch insgesamt. Ja. Okay. Wir haben unseren zweiten Mann verloren. George Trech Jakobis. Stufe 3 hatte er. Schrotflintenmeister. Und durch eine einfache Unwissenheit leider. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und, ähm... Tja. Davon brauchen wir auf jeden Fall neun. Der sah auch gut aus. Ich mochte den eigentlich mit seiner Schrotflinte. War jetzt nicht so krass im Einsatz. Bisher in den Vordergrund getreten. Aber hätte jetzt mit dieser neuen Lähmungswaffe wirklich einer der Helden werden können. Wenn wir denn wüssten, wie diese Lähmungswaffe funktioniert. Das werden wir dann wohl mal nachlesen müssen. Wir haben alle verbliebenen Kisten geborgen. 600 Materialien. 200 Mal Essen. Wir haben 3 Mal Gauss Sturmgewehrmagazine. Wir haben 2 Mal Köcher für die Armbrust von Synedrion. Wir haben 1 Mal fürs Virusgewehr was. Wir haben für die Neuralpistole von Synedrion was. Für die Donnerbüchse. Und 2 Medkits. Na gut. Wieder ein trauriger Tag. Wir können jetzt nicht bei jedem Soldaten, den wir verlieren, lange rumjammern. Aber schade ist trotzdem. Wir machen weiter beim nächsten Mal. Mit der Erkundung der Welt. Und wahrscheinlich mit der Mission für... Wie heißen sie? Für die Jünger von Arno. Um endlich einen neuen Status zu kriegen. Also ich glaube wir werden uns gegen Neujerico stellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Und dann beimわかmatar. I will dann um mínkeln mit 10 Ich bin 205-338. Wir sehen uns bei jedem Handelskunt. Ich bin 206. Ich bin 209-378. Vielen Dank.